Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu Rumbleverse. Wir sind wieder mit Martin unterwegs. Hallo. Achso, übrigens ich bin jetzt stolzer Besitzer von Batarangs. Was? Jaja, ich habe jetzt Batarangs. Hier die Wurfdinger von Batman, weißt du was ich meine? Ich weiß was ein Batarang ist, ja. Ja, da bin ich jetzt ganz stolzer Besitzer von. Hä? Hä? Ja, habe ich mir heute zugelegt. Ich habe nämlich... Ich bin runter. Uh, sag doch was. Ja, meine Taste hat nicht reagiert. Das war keine Absicht. Okay, hier war ein Duo, aber die haben mich in Ruhe gelassen. Ich konnte eben nicht laufen. Ich konnte nur in eine Richtung laufen. Nee, ich habe nämlich Hexte gebacken. Mit Schokostreusel. Und einmal ohne Schokostreusel. Wenn du die Folge angucken solltest, kannst du die sehen. Ich hatte kurz eine Cam. In Form von Fledermäusen. Ich habe die alle mit einem Messer fein säuberlich ausgeschnitten. Das ist mein Typ jetzt doof hier, oder what? So eingedauert. Ich muss hier schon drei Wochen auf die Tastatur gucken, weil ich das Gefühl habe, irgendwie das haut nicht hin. Ach, du bist ganz unten. Und ich war... Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch einer. Oh, Entschuldigung. Was man mir zugute halten kann, sie hat dich nicht getroffen, weil ich dich weggeschubst habe. Oh, hier lag noch ein Puddel. Das ist meins. Nee, ich habe nämlich heute Kekse gebacken. Und habe die in Form von Batarang gemacht. Weil ich das cool fand. Ich werde hier mega vergewaltigt gerade. Die machen das gut. Oh, Problem. Entschuldigung. Oh nein. Warte, ich komme. Nein, ich habe es nicht geschafft. Gut gemacht, gut gemacht. Da kommt jetzt gleich noch ein Team. Einen habe ich down. Wieder down. Ja, ich... Vielleicht komme ich nochmal wieder. Warte, warte, ich komme. Nein, ich habe es nicht geschafft. Hm. Okay. Zweite Runde. Jetzt machen wir so nass. Jetzt gehen wir so ab. Die werden richtig feucht im Schlüpper. Ach, der große Tower ist gar nicht drin. Nein. Ja, wo wollen wir hin? So, weiß ich nicht. Komm, wir gehen in den Boxkampf hier. Da ist auch immer gut. Ich gehe direkt in den Ring. Die Komponenten haben gelesen. Wir können nachher schauen, zu einem gewaltigen Spiel. Auch Schaden? Sterne? Was nimmt das doch mal? Was ist denn mit meiner Tastatur los? Zumal ich habe die erst sauber gemacht. Die musste komplett staubfrei sein. Oh, der hat gesessen. Dropkick! Dropkick! Okay. Ich habe hier einen verrückten Wissenschaftler. Ja, hat nicht funktioniert. Sorry. Okay. Du hast ihn. Äh, ja. Der ist down. Irgendwo ist noch ein Mate. Ich habe halt noch gar nichts, ne? Noch... Okay. Wir gehen da rüber. Ach, Leben. Ich habe noch kein Buch. Du scheinbar schon. Moment. Ich habe extra deine Kombi noch abgewartet. Alter hat der auf den Sack gekriegt. Warte. Ja. Ich wollte auch nochmal. Nachtreten ist Mude. Auch Kisten. Was haben wir hier drinnen? Doch, bin ich besser? Nein! Nein! Ich habe weggeholtet. Ja, kleinen Moment. Ich muss nur... I'm down. Alter, ich habe den so gegeben. Er hat nochmal geholtet. Ich habe gerade keine Ausdauer. Doch Hilfe. Nein. Nein. Okay, ich komme. Willst du erstmal weg? Oder... Ah, ja. Machen wir nass, oder? Okay, ich habe den hier mit seinem... Autsch! Mit seinem Mate kommt. Mit seinem Mate kommt. Okay, ich habe den dauernd mit seinem Superstar Modus. Lass meinen Freund in Ruhe. Mit dem mache ich Liebe. Wow. Guck mal! Alles gut gut. Ich habe noch gleich gesessen. Autsch! schon wieder geholt hat man was wollen die denn von mir ja ich versuche dich wieder zu leben ich habe auch nicht mehr sehen den wixer einer sound k.o.k.o. ich habe ein kleines schicken wenn du willst ein bisschen weit über einer stress ok ok so was gibt es denn hier noch schön ist ich könnte noch und hier ist noch eine kiste leben leben ist immer gut nehme ich mit und noch mal ein hähnchen brauchst du noch hähnchen oder bist du voll helfe habe ich ok sonst kann ich dir noch eins geben denn kommt einer ok ich gebe dir kein hähnchen meine runde golf spielen hier schönes ding so richtig mit so richtig schlechten body check da gedauert wird wiederbelebt da haben wir den gleichen vorrat super star modus ich habe keine ausdauer nein ich habe mich mit erwischt nein verdammt unser weg erst mal und da und da und da und da und da und schade ich wollte das auto ok ich kann noch mal schaden nehmen hier das ist sexy nehme ich gerne ich nehme auch noch mal ausdauer hier so einen kleinen trank warum nicht leben leben bei mir wie viele teams haben wir noch also mit uns zwei die map ist nur riesig müssen wir erst mal suchen du hast die gefunden die map ist hier irgendwie auf k ich mache ihn fertig ok der wird ausgezählt ja kein problem ich bin da schaffe ich schaffe ich nicht das kann doch nicht jetzt aber auf das auto auf das auto genau den gett ich hier ich heb dich auf ich kann ich gar nicht mehr aufheben das war doch mal eine erfolgreiche runde rumblewurst ich hoffe ihr seid das nächste mal auch wieder mit dabei bis dann macht's gut ciao tue wow w 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